Hallo Leute, heute nur ein kleines Update-Video. Es ist kurz genug, dass ich nicht im Hintergrund Minecraft spielen werde. Und zwar will ich zwei Fragen klären, eigentlich drei, aber die dritte stelle ich mir selber. Also zwei von euch. Einmal, wie habe ich das Problem mit Logisim gelöst? Dass, wenn man Logisim starten will, einfach nur Erzeuge-Datei kommt. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Bei der Logisim-Exe, also .exe, öffnet ihr, genauso wie bei der Java-Datei, öffnet ihr erstmal cmd und wechselt in das Verzeichnis. Bei mir ist es jetzt der Desktop, in dem Logisim liegt. So, bei der Exe, gebt ihr einfach ein Logisim-Exe-Plane und drückt dann auf Enter. Und bei der Jar wäre das folgende Befehl. Ich gebe ihn schon mal ein. Java Logisim-Jar-Plane. Ich weiß nicht, ob man dieses Jar hier wirklich benötigt. Wenn es mit Jar nicht funktioniert, dann einfach nur Java Logisim.jar-Plane. Ich werde es aber mal für die Exe durchgehen. Also Logisim-Exe-Plane. Und, bumm. Logisim funktioniert wieder. Die zweite Frage ist, wann ich ein GPU-Tutorial machen werde. Ich habe anfangs gesagt, dass ich keine längeren Serien machen will, weil ich dann Gefahr laufe, wieder der Lustlosigkeit zu verfallen und dann die Serie mittendrin aufhören werde. Und GPU wäre genau so ein Fall. Also da bräuchte man locker mehr als 10 Videos, um da mal ein bisschen voranzubekommen. Weil die Arbeitsweisen teilweise ziemlich verschieden sein können zu der von der uns vertrauten CPU. Also nicht GPU, sondern CPU. Aber ich meine, jetzt mache ich erstmal die Anfängerserie. Dann werden ein Haufen kleinere Videos kommen. Zum Beispiel über I.O., also Input, Output und Interrupt und sowas. So zwei, drei Teile oder überhaupt, dass man es auch in einem Video rumkriegt. Und danach hätte ich eventuell Zeit für eine GPU-Serie. Aber dann würden wir wirklich mal klein anfangen. Und, ja. Die Frage, die ich mir selbst stelle, ist, wann ein Video über die Dings hier, über die Basic-Serie kommt hier. Und das wird eigentlich in der nächsten Zeit sehr wahrscheinlich stattfinden, dass ich das Video hochlade. Ich war nur am Wochenende total verhindert. Erste-Hilfe-Kurs und sowas. Und werde es auch bis Dienstag eigentlich noch fast sein. Aber es kann schon gut sein, dass ich abends Zeit finde. Also Mittwoch könnt ihr auf jeden Fall rechnen. Rechnet man schlechtes Internet noch damit ein. Mit dem Hochladen, dass es vielleicht erst Donnerstagmorgen oder Nacht kommt. Aber ansonsten wird es dann in der Zeit kommen. Also auf jeden Fall die Woche. Und da ich dann eigentlich nichts vorhabe, werde ich direkt versuchen, 2-3 zu machen. Also, dass wir ein bisschen vorankommen. Ich werde auch eine Playlist dann anlegen und so weiter. Ich merke gerade, ich hätte doch Minecraft spielen können, weil ich doch schon wieder so gelabert habe. Aber ihr habt Zeit gehabt, dieses schöne Hintergrundbild zu genießen. Ja, bis dann. Und danke und so. Ciao.